Das geht definitiv besser. Ich gebe das Seine. Oh, schon wieder. Boah, voll die fetten Scheinwerfer-Augen. Lustig. So, dann... Da hinten ist... Wow! Okay... Oh, den... Ja, prima. Den... Das wollte ich nicht... Ah, diesmal habe ich aber das Leben bekommen. Immerhin. So... Ha! Hm, voll daneben. Super! Aber im Skelett-Heil... Im Junior-Skelett-Heil getötet... Getroffen! Hey, da ist ein... Cool, 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 cool Kraftpilz. Füllt der auch meine Luft auf? Nein, füllt der nicht. Dann... Du. Prima. So, jetzt hätte ich gern den roten, aber... Naja, man kann nicht alles haben im Leben. Oh. So, dann ist jetzt... Oh, okay, der produziert die jetzt über am laufenden Band. Getroffen habe ich auch nicht. Dammit. Aber... Mit dem roten sollte das doch gut schaffbar sein. Nicht getroffen. Toll. Äh, Luft, Luft, Luft. Oh! Ha! Troffen! Und er mich auch. Was ist das? Ne. Okay. Es sieht zwar ziemlich kaputt aus... Arg! Ah, das sieht auch ziemlich kaputt aus, wenn er so viel ruft. Okay, das könnte ein Problem sein. Na? Getroffen! Ich würde sagen, einmal noch. Ungefähr. So, schnell hinterher. Na? Oh, die roten Panzer versagen. Warum? Au! Hey! Gemein! So. Ja, Luft. Panzer! Panzer, der du mein bist. Hm. Na, wo ist er? Okay. Ich nehme mal wieder eine roten, obwohl die bis jetzt noch nicht so viel gebracht haben. Hm. Das wäre geil gewesen, wenn ich jetzt getroffen hätte. Wo ist der Schädel-Hai? Na, der Skelett-Hai. Schädel-Hai. Hm. Da ist er doch. Oh, was? Wie viel... Hält der aus? Gut, fünf Treffer. Ah, da hätte er doch schon fast ein großer Power-Stern drin sein müssen, bei fünf Treffern. So viel hat bis jetzt noch keinen Boss ausgehalten. Wuhu. Ah, da. Meine Belohnung! Oh. Los! Mario! Du kannst nicht treffen! Das schwimmt sich grad echt blöd. Runter. Na, super. Double Double Up. Da da da. Prima. Prima. Okay. 74. Meine Güte. Oh, und Galaxie komplett. Na gut, das war irgendwo logisch. Okay. Dann... Spielzeug schafft die Galaxie. Hm. Zwei Sterne noch. Da 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 da. Boing! Boing! In der Süßigkeitsstraße. Na, schauen wir mal. Oh, okay. Als Linky Mario gegen den zu kämpfen ist natürlich krass. Ja, nehm ich mit. Da 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 da. So, wo geht's jetzt hin? Auf dem Löffeln sind ganz viele Sternteile. Super. So. Oh, jetzt. Zack, 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 zack. Oh. Zack, zack. Cool. Los! Will die mitnehmen. Wow. Schokoladentafeln. Wow, ich muss über die Schokoladentafeln weg. Oh, wow. Das war knapp. Schokoladentafeln auf Death of Destruction. Ich hab grad... Ich seh grad nix. Ah. ... ... ... ... ... Hat zu lange gedauert. Das mit dem Bildschirm schon habe ich euch hier schon mehr vererklärt. So, hier wieder rein. Naja. Nicht so wild. Diesmal schaffen wir es. Oh, da kommen wir jetzt zwei ganz schön schnell hintereinander. Wuhu. Oh, cool. Auf der Tafel umgelandet. Das muss man, glaube ich, auch, um da hochzukommen. Oder? Nee, doch nicht. Wow, das waren viele. Hätte ich alle bekommen, ja. Hätte ich bestimmt ein Leben bekommen. Spoink. Spoink. Boah, da fehlt was im Kuchen. Das wurde aber schlecht gemacht. Oder es hat schon jemand was gegessen. Wippui. Und jetzt zwischen den Gabeln. Na doch nicht. Oh, doch irgendwie schon. Wuhu. Und jetzt aber. So, und wieder ganz viel? Nein. Schade. Oh, eisig hier. Aha. Sehr komisch. Naja. Springen wir einfach mal rüber. Was? Das war... Ah, das ist... Ach so, das ist eine Eistüte. Aha. Und das sind wahrscheinlich alles am Stiel, oder wie? Na toll. Gut, warten wir noch im Lolli. Wuhu. Was? Öh. Ah. Hilfe. 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 Weg hier. Juhu. Eins für mich. Wuhu. Was? Was? Oh. Ah, nein, 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 nein. Boah, wer hat sich denn den Mist ausgedacht? Aha. Ist ja krass. Ja, ich bin noch gar nicht da. Du brauchst noch keine Stoßwellen abzusenden. Anscheinend wusste er ja schon, warum er das macht. Ähm. Ha. No. No. Nein. Hey, du kannst das gleiche wie Bozorn. Aber du siehst besser aus. Gemeinheit. Okay. Da sind irgendwo... Bestimmt. Ich will... Ah, ja. Erstmal dich töten. Und jetzt. Pilzi. Super. Ähm. Okay. Da ich ja eh irgendwie bei den Blauen landen werde. Oh, das nehme ich gerne an. Meine Güte, warum nicht, hä? Und jetzt hier. Prima. So viele Sternenstaubteile. Wird sich der Gumenloom aber freuen. btft, sehr. Da. Ja. Nein. her. Ja. Okay. Bye. 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 Bye.